Aber erst ganz kurz noch Klimakrise abwenden ist Handarbeit. Ganz toll, weil wir hatten ursprünglich ja die erste Sendung, wo der Gast ja krank geworden ist, am 10. vorgehabt. Da hätte das natürlich super aktuell gepasst. Ihr wisst ja jedes Mal, wir müssen uns als Zivilgesellschaft organisieren, damit wir irgendwas hinkriegen und wir versuchen halt immer was hochzuhalten, damit man irgendwie was kennenlernt. Ende Gelände werden vielleicht ein paar Leute kennen, haben sich halt eben sehr stark mit Kohle auseinandergesetzt und allem, was damit zusammenhängt, um dann am Ende dann thematisch viel, viel breiter zu werden. Ist ganz spannend, weil die in Richtung Mobilisierung und Richtung Aktion halt wirklich sehr stark sind, auch sehr wirksam. Also da haben die irgendwie Leute, die wissen genau, wie man sowas dann umläuft und dann irgendwie Dinge auch macht, die dann tatsächlich einen Unterschied machen. Also das ist, es ist etwas anderes als FFF, weil das eben direkte Aktion ist und ziviler Ungehorsam, der dann irgendwie tatsächlich dann Aufsehen macht. Das ist so viel Aufsehen, dass sie sogar in einigen Bundesländern von Verfassungsschutz überwacht werden. Das ist aber nicht ungewöhnlich, weil der Grund ist nicht, weil das Verbrecher sind oder Verfassungsfeinde, sondern weil sie sagen, dieses System muss sich reformieren. Und das reicht einigen Verfassungsschützern schon auf, um dann Leute in den Sucher zu nehmen. Das ist aber nicht verwunderlich. Verfassungsbericht in Sachsen, glaube 2018, hatte ja den Punkt, dass gesagt wurde, Gruppe XY ist linksextrem, weil sie ordnen die AfD dem rechtsextremen Spektrum zu. Also die haben teilweise echt eine Entwicklung. Wenn du dann eben als Kapitalismuskritiker oder irgendwie sagst, wir müssen darüber reden, wie auftrittst, dann kann das sein, dass dann teilweise Behörden da... Ich erwähne das deswegen nicht, weil das eine lustige Wall-Story ist, sondern ich erwähne das deswegen, weil man sehr schnell, das wurde natürlich dann direkt instrumentalisiert, hört Ende Gelände und denkt, das ist eine verbrecherische Organisation. Ist aber nicht, sondern die fordern eigentlich Dinge oder bringen Dinge in den Diskursraum, über die man ja legitim sprechen kann. Und teilweise haben wir eben Sicherheitsorgane, die irgendwie auf dem einen Auge blind sind und auf dem anderen Auge dafür sehr scharf irgendwie gucken. Und das führt dann eben dazu, dass solche Organisationen dann irgendwie komisch aussehen. Die haben auch zum Beispiel 2019, da war ich relativ eng dran, in Venedig, den roten Teppich besetzt. Und weil da das Filmfest war und dort dann irgendwie auch so eine Aktion gemacht, plus dann in der Lagune dann Kreuzfahrtschiffe aufgehalten und so weiter. Also von daher ist es spannend, wer jetzt wirklich sagt, okay, er möchte was tun, er weiß ganz genau, er muss sich einbringen und so weiter. Die machen regelmäßige Informationsabende und haben ein ziemlich breites Angebot an Aktionen. Ihr solltet da einfach mal vorbeischauen.